Mission 21 – Die Rache Danke, sehr nett! Und damit Herzlich Willkommen zu Let's Play Stronghold Die Folge kommt leider ein bisschen später, weil ich irgendwie, ach keine Ahnung, ist doch egal Vielleicht kommt auch was in der Nacht raus, dass wir mal sehen, wie schnell ich dann rendern kann Und wir haben im Hintergrund die schöne Musik Ich habe mich ein bisschen vor der Mission gedrückt, denn die Mission ist auch leicht schon echt haarig Allerdings, ja, ihr wisst ja, wie ich es ausgehen kann Verwendet Tribocco, um die Burg aus Weiterentfernung anzugreifen und die Verteidigung zu schwächen Setzt gegnerische Truppen außer Gefecht, indem ihr sie mit Kühen bewerft So, Tribocco haben wir jetzt Das hier ist ein Problem, bleibt fest und einem Punkt verankert Der Schaden ist deutlich höher, sie treffen auch sehr gut dafür Und können auch hinter andere Verteidigung schießen, das macht sie sehr gut Drei Baumeistern Ah, ich habe keinen Bock auf diese Mission, weil das echt übel ist Ihr könnt auf uns zählen Genau das Eure Befehle Äh, habe ich langsamer Nee Also hatte ich so im Kopf, dass die Gut, jetzt schießen sie wenigstens nicht mehr Ich glaube, das hier war nicht besetzt Also das Ding ist Defensiv, wirklich defensiv echt gut Bald werdet ihr sehen, was Krieg wirklich bedeutet Ihr alle Geht auf jeden Fall hier hinter Womit kann ich dienen? Äh, halt Stopp Bin zur Stelle Gucken erstmal, dass wir die Streitkommenskämpfe abschießen Das hier ist alles voll mit Pech Die Dinger sind auch nicht gerade leicht Ich weiß noch, bei einfach habe ich es immer so gemacht, dass ich hier vorne hingegangen bin Und habe die erstmal alle weggeschossen Hier, das ging wunderbar Keine Ahnung, warum das schon beschädigt ist Ich weiß nicht Also wir haben hier auf jeden Fall überall sehr, sehr viele Verteidigungsanlagen Das hier ist eigentlich das Schlimmste Diese Ballisten Der hier bringt wenig, der Baumeister mit Pech Nö, das bringt relativ wenig Nennt euren Arsch Katapult wird bewegen Ihr könnt auf uns zählen Und Das machen wir auf jeden Fall mit Lanzen Tee und gleich Ein Kinderspiel Ein Land Alle auf die drauf Bonus schalten gegen Kavallerie Wir rücken aus Und weiter Okay, die müssen alle sterben Ich glaube, Schwertkämpfer und Rest wird nicht rauskommen Ich kann mich gar nicht entsinnen, dass ein paar Sachen schon vorgebaut waren Ich habe es früher immer so gemacht, ich habe die Lanzenträger einfach geoffert damit Sehr wohl, mein Herr Mit Vergnügen Wir rücken aus Und los Weiter Sehr wohl, mein Herr Ne, er schickt endlich hier draus Kritter raus Ihr habt natürlich bei einfach ein paar Truppen mehr, so wie wir das schon kennen Allzeit bereit Aber an Türen Da können die Armpferschützen auch schön schießen Ich würde mich echt freuen, wenn die alle rauskommen würden Aber ich glaube, das war es soweit Der Rest bleibt hier schön drin Und jetzt geht es eigentlich erst so richtig los Das hier ist übrigens auch nochmal richtig gemein Ich weiß noch, ich habe zum Schluss mit meinen Schwertkämpfern Hier war doch noch ein Baumeister mit Pech Genau Das heißt, das hier wird dann alles noch Brand gesteckt Das ist nicht leicht Ich habe da meine Ritter dann zum Schluss hingeschickt Damit das Pech entzündet wird Einfach nur die hier großen Schaden nehmen Und dann bin ich mit den Schwertkämpfern durch Ich hasse diese Mission Ich habe sowas von keinem Bock drauf Okay, LP Ich weiß gar nicht, ob das genug sind Ich will einfach nur, dass die Hunde freigelassen werden Ja, bitte Wir rücken aus Möglichst viel Pech angezündet wird Ich habe nicht keinen Bock, dass das Pech angezündet wird Wenn ich mit meinem Bogenschützen vorröge Und die Hunde müssen raus Das ist auch wichtig Wir rücken aus Und weiter Ey, ich habe mich bewegt Sehr wohl, mein Herr Wir rücken aus Genau deswegen Und fallen sind ja auch noch schön Das machen wir trotzdem noch mal Ich will nämlich mehr gleichzeitig da Aufdecken Wohin gehen wir Ein weiteres Spiel Allzeit bereit Ein leichtes Für mehr brauche ich die Pekiniere eigentlich Äh, die ganzen Träger eh nicht Nennt euren Wunsch Ein weiter Weg Für mehr kann ich sie auch einfach nicht einsetzen Das ist leider Die traurige Wahrheit Oh, hier wird gleich das erstes Feuer ausgelöst Mit Vergnügen, Herr Aber natürlich Ihr könnt auf uns zählen Ein Kinderspiegel Anscheinend nicht genug Einheiten gewesen Für Feuer Und weiter Ein leichtes Sehr wohl, mein Herr Wir rücken aus Mit Vermüden Okay, nee, das gefällt mir nicht, wie es läuft Und laden Leichtzeitig auch gleich Baumeister habe ich doch auch noch Genau Hm, aufschaufeln kann ich vergessen Mal sehen Ich muss das Ding hier loswerden Auf jeden Fall Ich weiß nicht mehr Ich weiß nicht mehr Die Reichweite von den Triebocken Konstruieren Belagerungsgeräte Konstruieren Belagerungsgeräte Ich weiß aber Womit kann ich die Hatte ich nicht Das gibt's Schild wird neu positioniert Ich wollte gerade sagen Also das kann unmöglich Jetzt noch ein Baumeister wischen Wir geben unser Bestes Berechnet Flugbahn ist berechnet Äh, hallo Flugbahn ist berechnet Triebock bereit Sire Flugbahn ist berechnet Er hat gar nichts gemacht Was für ein Arsch Und laden Nennt euren Wunsch Was sollte das so sein? Ich könnte es ja echt mal versuchen Ja, bitte Katapult wird bewegt Nee Ihr Katapult wird schief gehen Konstruieren Belagerungsgeräte Ja, hör Schild wird neu positioniert Ich muss das Ding loswerden Das hier funktioniert Glaube ich gar nicht Das ist nicht besetzt, oder? Oder doch Und doch Es ist besetzt Aber es sieht nicht aus So, ob es funktioniert Es ist mir einfach zu langsam gerade Bin ich ganz ehrlich Und hab ich jetzt gemacht? Ja Ist mir immer noch zu langsam Wie können wir helfen? Schild bereit Eure Lordschaft Für dieses Gerät Für dieses Gerät Brauchen wir auch Was machst du? Warum ist das so langsam? Wer hat die Ausgeräte Bermannt Triebock bereit Sire Triebock bereit Sire Triebock bereit Sire Triebock bereit Sire Ich brauche eine andere Taktik Ich kann halt noch nicht die Sachen so einsetzen, wie ich das gerne möchte Okay Wir haben 22 Bogen 14 Armbrustschützen Nennt euren Wunsch Vielleicht opfere ich die doch mal Ein weiter Weg Ja bitte Aber natürlich Ihr könnt auf uns zählen Ein Kinderspiel Bogenschützen bereit Rücken aus Mein Bogen ist euer Schöner Kreis Ein Leuchpass Allzeit bereit Und weiter Mit Vergnügen Meine Herren Sind auf dem Weg Nicht gut, nicht gut Die Hunde verbrennen zum Glück Rücken aus Sind auf dem Weg Oh, das ist ja noch mehr Pech Wie schön Achtung Eure Befehle Rücken aus Und stehen bleiben Und los Bin zur Stille Sind auf dem Weg Macht sie fertig, los Ne, ich hab nicht genug Die schießen ja nicht mal zurück Worauf schießt ihr denn? Die treffen wir nicht mal Was für armleuchte Also ernsthaft Okay Ich muss das anders angehen Oder schon hier hinten Womit kann ich dienen? Was war denn das jetzt für eine mickrige Vorstellung Jetzt war ernsthaft Ich hab's noch nie Ich hab immer direkt frontal angegriffen Wenn ich ehrlich bin Cool wär's natürlich Wenn man hier drüber irgendwie könnte Also wenn man seinen Turm hier dran stellt Und dann hier hochrennt Euren Wunsch Jetzt kann ich die Kann ich mit dem Katapult Das hier ausnutzen Probieren kann man es ja Vielleicht kann man so Die Reichweite Ich hab immer noch Katapult Haben mehr Reichweite Wir haben einen Nachteil Wir haben 1000 Gold Ich möchte mal folgendes anmerken Das ist für Longarms Und das Königs Armee Und Ich muss sagen Der König war auch sehr merkwürdig Der hat nämlich Seinen Mund nie geschlossen beim Reden Das sind solche Merkwürdigkeiten in dem Spiel Das fällt einem natürlich nur auf Wenn man drauf achtet Das ist mir tatsächlich früher auch nie aufgefallen Aber der König hat seinen Mund nie geschlossen Ich gebe es hinten einen toten Winkel Katapult wird bewegt Ja das könnte ich da zerstören schon Katapult wird bewegt Nee, 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 nee Katapult wird bewegt Katapult wird bewegt Katapult wird bewegt Okay, wir können bis hierhin Katapult wird bewegt Und zerstören wir erstmal diesen Turm hier So gut wie erledigt So gut wie erledigt Nee, wir machen den Turm platt Katapult bereit, Mylon Reichen die Steine? Ich weiß nicht, man muss sehr viel zerschießen In dieser Mission Ihr könnt auf uns zählen Dann würde ich fast sagen Ich guck mal was ein Tribok hier schafft Konstruieren Belagerungsgeräte Wichtig ist nur, dass wir aus sicherer Entfernung schießen können Wir benötigen Steine Nein Und laden Die Idee war gut Gehen wir Aber Lilis Arme waren zu kurz Konstruieren Belagerungsgeräte Ansonsten versuche ich es mal von der Anhöhe dann Nein Auch blöd, dass man nicht sagen kann Hey, ich möchte gerne, dass du das und das machst Auf dem Weg Ziel ist notiert Konstruieren Belagerungsgeräte Nee Ey, haben die jetzt schon einen weggeschossen? Flugbahn ist berechnet Wir geben unser Bestes Flugbahn ist berechnet Tribok bereit Flugzahre ist berechnet Womit kann ich dienen? Nennt euren Wunsch Ja, bitte Das sind immer zu viele Einheiten Deshalb kriege ich das nicht ausgewählt Ja, das ist eine bessere Position hier Einfach mal davor stellen Aber das war schon ein Treffer, das ist nicht gut Am besten ist, wenn ihr die Ballisten direkt trefft Oh, die schießen prima auf die Schilde Interessant Das war mir nicht bewusst, dass die So verhasst sind Schild wird neu positioniert Schild wird neu positioniert Und wer ich doch nicht Oh, perfekt Halsschild hat er Schieß mal da drauf Flugzahre ist berechnet Vielleicht kriegen wir das Katapult auch noch Das ist wirklich gut, wenn das passiert Schild ist bereit, Sire Ja Ja Auch nicht schlecht, weil wir das zuhauen gleich mit Ja, aber es ist schade, wenn die daneben gehen Ich habe in der Mission leider nicht so viel Geld Das Gute allerdings ist, sie können sich gerade nicht wehren Das war's mit den Steinen, stimmt's? Ja fast Man hat halt immer nur 20 Steine Und das heißt, man muss sich überlegen, wo man die Sachen hinbaut Wir benötigen die Steine Lagerungsgeräte konstruiert werden Das heißt, ich muss den nächsten bauen Konstruieren Belagerungsgeräte Gut, die Mangel ist noch nicht aktiv Äh, die Bogenschützen aber Trivog bereit, Sire Flugbahn ist berechnet Schild bereit, eure Lotschaft Schild bereit, eure Lotschaft Er hätte gesagt, ich mache erstmal das hier weg Katapult bereit, Milord Katapult bereit, Milord Oh, du Versager Gold hast du übrigens bei jeder Schwierigkeit tausend Schild bereit, eure Lotschaft ist berechnet Das macht jetzt ja das Katapult Oder der Katapult, mir egal Die ist schon kaputt Danke Katapult bereit, Milord Trivog bereit, Sire Ich habe natürlich viel mehr Steine verbraucht, als ich wollte Ich muss es jetzt aber echt strategisch angehen Weil wie gesagt, ich habe schon zu viel verloren Ich muss den Bereichen flitten Und das waren die Steine anscheinend Schild bereit, eure Lotschaft Ah, der letzte Stein hat es geregelt Da speichere ich mal zwischen Und speichern Ihr könnt auf uns zählen Das war es mit seiner Langstreckenwaffe Die Balliste ist noch gefährlich Ansonsten die Mangel hier Solange das hier alles steht Könnte jetzt eigentlich wenig gefährlich werden Ja genau, das ist perfekter Schutz hier Das heißt, wenn ich hier hochkomme Mit dem Belagerungsturm Kann ich das mit meinen Streitkolben Kämpfern hier sofort räumen Und die alle müsste ich da mit feinem Bogen plätten können Einfach so Wenn ich einen Trivog hier hinbaue Müsste ich das jetzt verschießen können Hier ist übrigens auch noch mal Pech Wie man hier sieht Hier ist auch alles voll Pech Also die Karte ist schon durchdacht Wohin gehen wir? Ich würde jetzt gerne hier Feuer legen Aber das geht leider nicht Nee, ist übrigens auch überall Pech Das sieht man Überall wo Dreck ist, ist Pech Allzeit bereit Da haben wir schießen da Klar Warum auch nicht Ich muss bloß den ersten Ring ja killen Nennt euren Wunsch Aber natürlich Die Hunde könnten echt noch ein bisschen gefährlich werden Achso, die können ja gar nichts mehr anzünden Doch können sie Und weiter ein Kinderspiel Ein leichtes Das ist glaube ich auch noch mal Pech Mein Bogen ist euer Mein Herr Wir benötigen Steine Nö, nö, ihr könnt auch sowas reißen Das Vieh ist bereit Darf's noch etwas Rind sein? Oh, ich bitte darum Die Pestwolken sind nicht so stark, wie sie sein müssten eigentlich Wir benötigen Steine Maul halten Na gut, jetzt werden wir schon mal Wir benötigen Steine Immer noch Maul halten Eure Befehle? Katapult wird bewegt Katapult wird bewegt So gut wie erledigt Katapult bereit Wir benötigen Steine Sehr gut Äh, ich weiß noch nicht so genau Ob das so richtig ist, wie ich das mache Ich bin zur Stelle Wirklich in den Graben? Mhm, die Hunde, da müssen die mich weg So was macht man die Hunde kaputt Sehr wohl, mein Herr Und abhauen Soll die sich mit den Hunden erstmal rum ärgern Und weiter Machen Sie auch tatsächlich Wir rücken aus Äh, Armbrüschschüttchen Hallo Ja bitte Und wie sie einfach mal nichts gemacht haben Habe ich Streitkolbis Bogen schützenbereit Habe ich überhaupt was, groß was graben kann, sehe ich gerade Und Spaltung Okay Mein Bogen ist euer Mein Herr Eure Befehle? Wir benötigen Steine Verlassen Belagerungsfelder Bin zur Stelle Konstruieren Belagerungsgeräte Konstruieren Belagerungsgeräte Konstruieren Belagerungsgeräte Nächster Schritt wäre jetzt Ich dachte mir die kurz schon 10 Gold Vielleicht was auch in Stormold Kasseda Bogenschützenbereit Äh Schild bereit Eure Lordschaft Schild wird neu positioniert Ja Schild wird neu positioniert Manchmal hilft nur Muskelkraft Schild bereit Eure Lordschaft Mein Bogen ist euer Mein Herr In Bewegung Hä? Ach scheiße, aber ne Falle Eure Lordschaft Ernsthaft? Wie weit könnte der erschießen? Okay, schiegt die Bogen und Armbrüche Schützen erstmal weg Eure Befehle Bin zur Stelle Hier rüber Schild wird neu positioniert Bogenschützenbereit Abseits der Skaterpolschicht nicht mehr Mein Bogen ist euer Das scheint aber relativ unbeeindruckt zu sein Mein Herr Schild wird neu positioniert Rücken aus Das war ein Schuss in den Ofen Und laden Eure Befehle? Ich hab aber auch hier fast nichts Auf die Rösser Das Feuer muss weg Ich muss direkt durch rennen In den Sattel Steigt auf, Brüder Auf die Rösser In den Sattel Ja, haut ab da Steigt auf, Brüder Ihr benötigen Steine Was habt ihr vor? Ihr habt Pferde also Sponsor ich an gut Das Feuer ist schon mal weg Ja, da war ne Falle Wie gemein Ihr könnt auf uns zählen Bin zur Stelle Schild wird neu positioniert Okay, ich muss ziemlich hier hin Damit das Ding nicht mehr schießt Es geht um den Truppenwert anscheinend Ich dachte immer, es geht darum Wohin gehen wir? Ach, hör doch mal auf damit Schild bereit, eure Lortschaft Wo ist mein Schild? Schild bereit, eure Lortschaft Ja Und Marsch Bogenschützen bereit Sind auf dem Weg Hoffen wir, dass keiner in die Fallen rennt Ah Nur die Hoffnung stirbt zuletzt Ich hab aber auch ein Pech Der ist genau vom Stein erschlagen worden Schild bereit, eure Lortschaft Echt gemein, dass die da auch schießen können Die können sie eigentlich gar nicht sehen Mein Bogen ist euer Schild bereit, eure Lortschaft Eure Befehle Vor allem werde ich gerade richtig zerrackstückt Bin zur Stelle Ja Schild wird zeug positioniert Bogenschützen bereit Pfeile bereit Mein Bogen ist euer Ne, bitte nicht Das habe ich mir schon fast gedacht Das war blöd Okay, der Anfang war nicht schlecht Aber das nervt mich gerade Ich will doch nur die Scheiß Schild Schild bereit, eure Haft Schild wird neu positioniert Bin zur Stelle Vorwärts Ich glaube, die Armbruststützen wurden In Stronghold Crusader deutlich langsamer gemacht In Bewegung In der Zwischenzeit Bodenschützen bereit Den ganzen Weg Ja, wäre mir ganz lieb, wenn ihr den ganzen Weg nehmt Ey Das ist so zum Kotzen Wenn ich daran denke, wie schlecht meine Mann immer ballern Und hier Treffer 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 Immer rein in den Dreck Wieso schießt das immer noch? Das kann die unmöglich sehen Mein Bogen ist euer Was wünscht ihr? Ich habe schon alles voll Hä? Ich habe schon alles voll Das hat doch gerade wunderbar funktioniert Mein Herr Hey Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister Und haben wir fehler? Die Scheiß Mange hat wirklich alle Die hat wirklich alle meine Truppen getroffen Die kann die gar nicht sehen Das hat die aber gar nicht interessiert Gerade Im Laufschritt Ja Rücken aus Bogenschützen bereit Mein gutes Hemd So Eigentlich muss die Mange aufhören zu schießen Weil sie kein Gesicht mehr hat Ey Das ist Das ist so ein Sniper Ding Gut Also hätte es vielleicht nur geschossen Weil die hier waren Die hat es aber dann auch nicht gesehen Bereits Auf die Baumeister da oben Anstatt auf Die Armbrustschützen hier Schieß doch mal auf die Armbrustschützen Wenn es nur so wäre Nein 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 Die können die doch gar nicht sehen Immer rein in den Dreck Mein gutes Hemd Was für eine Machen Ich hab alle schon Ich muss das anders angehen Okay Das ist es aber auch nicht so Ich bin Vielen Dank.